Kallo und Lord, guck mal, zwei so süße Mäuschen, ne? Hör mal. Ja, und die Emma, die schlanke Emma. Hi, du alte Lady. Muss ich doch mal einen Pointerfreund finden für so eine alte Pointerdame, ne? Ja, da wartet man schon so lange hier. Könnt ihr mich doch mal rausholen hier. Geht ja gar nicht. Och, da riecht wieder was gut, ne? Och, da war noch ein Lecker. Da war noch ein Lecker. Und nochmal Kalle und Lord. Ja, ja. Guck mal, so ein Hübscher. So ein Hübscher. Ja. Da geht doch was. Da geht doch noch schon ein Leckerchen. Eins geht noch.